Hi und herzlich willkommen zurück. Ich bin der Kuhmann, das ist Minecraft. Ja und wenn dir Minecraft gefällt oder mein Channel, lass doch ein Abo hier oder ein Kommentar oder irgendwas. Ein Like vielleicht auch. Gut, was haben wir? Wir haben gesagt, wir müssen noch ein paar Fiber Cables machen. Das waren die hier. Warum geht das jetzt nicht? Oh, genau. Sand. Sand. Wir hatten ja letztes Mal Sand gemacht. Augenblick mal kurz. Und die Gläser waren weg. Wo sind denn die hin? Ich weiß es nicht. Aber die scheinen wirklich verschollen zu sein. Jetzt hoffe ich noch, ich habe noch Sand. Zwölf. Das ist nicht so gut. Das ist kein Sand, das ist Smooth Sandstone. Leute, wo sind die Gläser hin? Ach, das ist doch wieder mal gemein. Sand. Ich hoffe, ich habe noch irgendwo. Jetzt müssen wir Sand organisieren. Ah, sieht aber schlecht aus. Vielleicht haben wir noch Gläser hier hinten. Warte mal. Pains. 17 Gläser haben wir noch. Aber das ist auch nicht so wirklich viel noch. Das ist echt gemein jetzt. Nicht hier noch irgendwo. Nee. Weißt du was? Ich lock ganz kurz aus. Die wieder rein nachher. Vielleicht kommen die Gläser ja wieder zum Vorschein. Ich hoffe es. So. Komm. Schnell. Normaler Freeze beim Laden. So. Komm. Nee, die sind nicht mehr hier. Das ist echt gemein. 17. Kann ich denn aus Sand irgendwie Sandstone machen? Also aus Smooth Sandstone? Nee. Scheint nicht zu klappen. Gut. Nee, das ist gemein. Mal gucken. Immerhin Sechskabel. Gut. Dann verwauen wir die mal. Dann müssen wir in der nächsten Folge Sand suchen. Also es ist dann suchen und einfach holen. Draußen am See. Aber mit den sechs können wir das hier schon mal verbinden. Ich habe mir überlegt, ich mache den Strom hier mittig. Hier mittig. So. Das wird ja was. Naja. Müssen wir halt Sand holen. Habe ich noch eine Schaufel hier? Warte mal. Ja. Ja, habe ich sehr gut. Aber es ist schon gemein, dass es weg war. Auf einmal. Ah, weißt du wo? Wir haben ja beim, beim Stall drüben, haben wir ja die Sandgeschichte gefunden. Die unterirdische. Ich glaube, da können wir noch ein bisschen holen. Jetzt zwar auch noch viel. Es wird einfach bald nachts. Das ist mir nicht so. Das ist wieder gemein. Hier noch. 27. Müsste eigentlich schon genügend. Komm, wir gehen. Wir probieren es einfach. Gut. Was haben wir? Von der Zeit sind wir gut drin. Und da gehen wir gleich runter. Das habe ich jetzt so eingestellt, dass die Gläser nicht verschwinden. Sehr schön. Dann machen wir da sicher. Komm. 15. Nee, die nehmen wir mit. Gut. Das müsste eigentlich genügen, um schon mal die Grundleitung zu bauen. Also, hier dazwischen 1, 2. Hier dazwischen. Für mich ist jetzt einfach die Frage, wie schließen wir das genau an den Strom? Und zweite Frage, woher bekommen wir denn Strom? Aber, das schafft man, komm. Ich probiere es jetzt mal so. Kann ich das irgendwie hier anschließen? Nice. Sehr schön. Gut. Heißt, wir brauchen dennoch von den Gables 19 Stück haben wir. Ach, ich hasse das mit den Shortcuts. Copper Cables. 25. Gut. Jetzt müssen wir gucken, wie kommen wir von da drüben nach hier drüben? Und wo kommen wir raus, wenn wir buddeln? Finden wir raus, hier ist es gleich. Und dann würde ich sagen, hier mittig, komm runter. Jetzt ist das der normale Boden. Dann würde ich sagen, können wir hier noch eins runter. Wieder daneben geguckt. Also. Habe ich jetzt wieder den... Nee. Ah. Wo sind wir denn hier? Hier hinten. Okay. Okay. Schwierig, 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 schwierig. Ja, lassen wir es mal angucken. So. Jetzt habe ich hier noch ein Problem. Irgendwie spinnt es jetzt ein bisschen. Ich mache mal einen Neustart und wir sehen uns gleich wieder. Und ja, bis gleich. Tschüss. Hi und herzlich willkommen zurück. Ich bin der Kuhmann. Ja, und wir hatten technische Probleme. Und zwar größere. So, dass ich sogar am Samstag den Stream absagen musste. Jetzt geht es aber weiter hier. Zweiter Teil dieser Folge wird jetzt aufgenommen. Jetzt müssen wir ganz kurz ein bisschen Gummi holen, weil wir sind ja immer noch an der Stromverteilung dran. Und jetzt brauche ich, wie hieß es, ähm, Sepp, den Sepp. Sehr schön. Von dem haben wir ja genügend. Und wir flitzen zurück. Hier muss ich mal eine Treppe hin tun. Da kann ich nämlich immer so hier hinten hoch und runter. Macht Sinn. Gut. Und, ah ja, genau. Nee, Fiber habe ich genug. Ähm, weiß ich jetzt gar nicht mehr. So, komm. Sehr schön. Gut, dann müsst ihr nochmal von den Kabel haben. Und da kann ich euch zeigen, wo wir stecken. Ich nehme jetzt das mal so mit. Gut, ich habe hier noch gebuddelt, um mal zu gucken, wo wir denn herkommen. Und es ist so, dass ich jetzt hier eigentlich ganz einfach hier rüberkomme. Oh, falsch. Und jetzt ist es so, wir müssen das irgendwie hier hinten anschließen. Das geht hier, das ist okay. Jetzt bin ich gespannt. Kommen wir hier gleich in den unteren Stock oder? Nee, es scheint, scheint zu funktionieren. So, komm. Weg, 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 weg. Dachte ich mir noch. Aber wir machen es dennoch so. So, hier noch einen, hier noch einen. Machen wir hier einfach mal so zu. Sehr schön. Schließen wir das hier mal an. Ich hoffe, es reicht. Wenn ich rauskomme. Jetzt nimmt sich Wunder, ob das schon leuchtet oder nicht. Wenn ja, wäre es natürlich super. Ne. Ne. Nr0 von 33. Ah, logisch. Immer noch. Ich bin gespannt. Haben wir das richtig angeschlossen? Haben wir es überhaupt schon fertig angeschlossen? Ja. Jetzt ist natürlich die Frage, wir haben 33 mal was waren das? 18, 20, 660 wahrscheinlich genügt das Kabel nicht. Außer mal gucken, was passiert, wenn die Nacht vorüber ist. Vielleicht müssen wir auch noch irgendwas wie eine Batterie bauen. Haben wir ein Bett hier? Nee. Lass mal gucken, wo wir schlafen können. Hier stand doch eins genau. So, und jetzt gehen wir noch mal runter. Jetzt müsste es zag sein. Das heißt, der Solarstrom kommt. Irgendwie geht es nicht. Gibt es denn hier so was wie so ein Capacitor oder so irgendwas? Astromine. Ich weiß nicht, ob das das ist. Tag Reborn. Lass uns mal gucken. Wahrscheinlich hätte man die Kabel nehmen müssen. Das wäre vielleicht so was. Was machen wir denn so was? Okay. Das müssten wir eigentlich hängen bekommen. Lass uns mal gucken. Gut, wir brauchen einfach Strom. Irgendwie irgendwas, was da drüben funktioniert. Also, ich zeige noch mal, wo war jetzt das? Das war eine dieser Dinge hier. Nee, wo ist es jetzt hier? Mfsu. Right here. Oh, Wireless Energy Transfer. Auch spannend. Spannend. So ein Wind Ding. Was brauchen wir denn jetzt? Ist ein bisschen zu krass. Hm. Also, das hätten wir alles. Lassen wir mal gucken. Das ist mühsam. Also, jetzt Tag. Machen wir es hier. Was ist denn mit der Musik? So. Was sind denn die Lampen? Sind die Medium oder High? 32. Ich glaube einfach, wir haben zu schwache Kabel. Lass mich das mal ausprobieren. Und zwar, wie ist es denn? Wenn wir jetzt einfach sagen, die leuchten auch nicht. Energy Null. Wieso hat denn das keine Energie hier? Angeschlossen ist es. Komisch. Ja, wahrscheinlich müssen wir das ein bisschen rausfinden, was hier genau geht. Aha. Jetzt. Aber das mit dem Fiber-Cable. Lass uns zwei von den Batterien machen. Und dann sehen wir es. Wo war das Ding nochmal? Das ist so. Basics here. Energy Storage. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Gut, jetzt machen wir das noch mehr hier. Ich hoffe, es liegt daran. Mal gucken. Ob es dann sowas liegen könnte hier. Aber der lädt schon mal, das ist gar nicht schlecht. gut. jetzt müssen wir einfach rausfinden, wie effektiv wir da Energien bekommen. das brauchen wir nachher für die Kabel. Selb ist hier. So. So. Ich bin mal zu hoch. Gut, also. Lass uns hier mal Schluss machen für heute. Sonst gibt es wieder ewig lange Folgen. Ich führe mal raus, ob ich die Lampen irgendwie einstellen muss. Oder was da genau los ist. Vielleicht einfach nochmal andere Kabel machen, anstatt die weißen. Mal gucken. Vielleicht liegt es daran. Und danach machen wir fertig. Ich bin mal zu. Wie geht das? Naja, ich find's raus, aber das ist jetzt in der nächsten Folge und wenn es dir gefallen hat, bis hier, du weißt wie es geht, abonnieren, kommentieren, liken, bis zum nächsten Mal, dein Kuhmann, tschüss.